Ganz oft werde ich gefragt, ja aber wie schaffe ich es denn eigentlich, mich selbst zu lieben? Wie beginne ich damit? Nun, das ist ganz einfach. Behandle dich doch einfach selbst so, wie du gerne von anderen behandelt werden möchtest. Denn wir sind Vorbild. Wir zeigen durch unsere Art, wie wir mit uns selber umgehen, allen anderen, wie wir gerne behandelt werden wollen. Wir zeigen es ihnen. Wenn wir uns ständig beschimpfen oder abkanzeln oder uns selber fertig machen, dann laden wir regelrecht alle anderen ein, es auch zu tun. Also, behandle dich selbst so, wie du gerne von anderen behandelt werden möchtest. Und dann zeigst du allen anderen, wie sie es ebenfalls tun sollen. Behandelst du dich mit Würde und Kraftvoll und gibst du dir auch ganz oft Gelegenheiten, dich selbst zu belohnen, dann werden es auch alle anderen tun. Also, du beginnst am besten, dich selbst zu lieben, indem du dich einfach so behandelst, wie du es schon immer werden wolltest.